Ändere die Richtung deines Energieflusses. Raus aus der Normopathie. Hinein in das pure Wider. Literatur, die nicht nur heilsam ist, sondern insbesondere unterhaltsam, humorig, spannend und alles enthält, was Weltliteratur, eine neue Klassik, in sich hat. Es sind herrliche Dialoge, plastische Figuren, die uns in ganz andere Welten führen und die dennoch hier um uns angesiedelt sind. Eine vierte Dimension des Denkens und Erlebnis. Die Integralität. Ändere die Richtung deines Energieflusses. Raus aus der Normopathie. Hinein in das pure Wider. Die Entführung ins Paradies. Die Entführung ins Paradies. Die Entführung ins Paradies. Die Entführung. Die Entführung ins Paradies. Die Entführung ins Paradies. Die Entführung. Die Entführung. und es ist bei meinem Nostab singen eine Sitzung und die Melodie pure und growl saying this is my Mrs. G Grow Grow is the grow Grow is the grow Grow is the grow Grow is the grow